Ich habe das auch mal gesehen. Immer so Ausschnitte, dann immer es weg. Mehr Eindruck hinterlassen wird sicherlich die Nächste. Models unter sich. Man versteht sich prächtig und würde gerne noch jemanden in die Unterhaltung mit einbeziehen. Du wolltest doch mit Tobi reden, ne? Ja. Den schnappe ich mir auch gleich.